Hallo, ich bin hier gerade am Soundcheck für den Auftritt heute so bei dieser riesen Festsaltein Heissierverrückt und dann das Heissierverrückt auch zu trinken und das Schöne, wenn man ein Tablet hat, kann man hier extra die Polle sehen hier im Tablet kann man einfach einlängen und die Polle einfach so rausnehmen und so kann man etwas trinken. Ich wünsche euch noch einen ganz schönen Samstag oben, ich geniesse es, tschüss zusammen!